Weiter geht's mit einer neuen spannenden Folge Dead Island 2. Wir sind ja in der letzten Folge hier stehen geblieben. Kommen jetzt ja immer abwechselnd City Skyline und Dead Island 2 jeden Tag ein Video. Wochenende kommt trotzdem jeden Tag ein Video von den jeweiligen Projekten. Weil am Wochenende hat ja jeder Zeit und dann denke ich mir, wieso nicht? Und jetzt müssen wir die Kanalisation hier verlassen. Aber nicht, dass die Bücke jetzt einstürzt. Die stürzt doch safe ein. Ja, es war so klar. Es war so klar. Oh Gott, was für eine verrückte... Hey? How the hell did they get here? Oh! I'm going to Santa Monica. Right? I'm leading through that door. Don't make me go through you. You've got your eyes wide shut. Clinging to the edge of the pool. Too afraid of drowning. I'm going to have to help you. Let go. I drive or not. Careful. Don't do that. Ah! Oh! 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 Oh my God. Oh, oh! 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 Oh, oh my God. Oh my God. Wir dürfen jetzt wieder einen Anfall bekommen und uns zu ein bisschen auslegen, wie geil. Das mag ich doch. Wir drehen durch, Leute. Oh Gott. Einziges Zombie-Gemetzel. Wer ist er denn? Mr. Pringles in Gelb. Noch ein Mr. Pringles. Fertigkeit freigeschaltet. Blutrausch. Das gucken wir uns gleich mal an. Das liegt einfach im Kopf. Raserei-Modus freigeschaltet. Fertigkeit-Deck. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ähm. Ähm. Okay. Modifizieren. Haben wir das denn jetzt schon? Ich glaub automatisch, ja? Ich glaub automatisch, ja? Hey Kumpel. Hey. Ja. Du ertrinkst jetzt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Eine Nachricht. Eine Nachricht. Was ich glaub ich? Er lebt da immer noch. Also jetzt ist mal langsam Schluss hier. Gott. Das wird er definitiv nicht überleben. Was erlebt er immer noch? What the hell? Warum hält der so viel aus? Wow. Hab ich mich erschrocken. Lady. Oh, danke für den Medikit. Lecker. Energy Drink. Ah, wir können Energy Drink also quasi auch aufladen. Das ist nice. Das gefällt mir. So. Gehen wir hier rein. Was war das hier noch? Naja, können wir nicht kaputt machen. Der ist tot. Okay, wir könnten theoretisch jetzt Raserei jetzt freischalten, aber... Nö. Nö. Warum? Oh. Schöne Daylight. Okay, wir sind draußen. Endlich. Wir sind in Santa Monica. Was haben wir hier? Ein bisschen Schrott. Nee. Nee. Gut. Der ruft ja immer seine Kumpels, ne? Der ist richtig... Der ist richtig... Okay. Wir sollten es doch freischalten gegen den. Und... Warum nimmt er denn jetzt immer noch? Der hält ja so viel aus. Das ist ja unglaublich. Okay. So. Du auch noch. Der hat auch noch nicht. So. Jetzt aber. Also die Zombies holen immer ihre Kollegen. Warte schon. Hä? Gibt es selber noch? So. Jetzt aber. Wie halten die denn aus? Geil. Gut. Weiter. Ah. Hier haben wir eine Werkbank. Können wir gleich wieder heil machen. Ich finde die Waffe, die macht gar nicht so viel Schaden, ne? Gefühlt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Bargeld. Oh. Sammelstücke Baupläne. Herstellen. Hersteller. Unterstütze. Da muss ich mir immer so Aufgaben machen. Da habe ich jetzt keine Zeit zu... Gut. Gehen wir weiter. Ja, mal gucken, was uns da noch so erwartet alles. Da oben ist irgendein Zombie gewesen, habt ihr gesehen? Was haben wir hier? Nichts. Das war eine Schloss im Ofen. das sieht geil aus Santa Monica we are here Mother F gut finde einen Platz zum ausruhen, da oben ist irgendjemand ähm, okay wo sollen wir denn hin nach 83 Meter, hier was sind wir hier ein bisschen Schrott Schrott ist auch immer gut oh, schade Halleluja Survivors sind verrückt, mit mir zu sprechen hey, hey are you alive? guys, someone's alive yo you okay, bruv? why are you on the route? I think we're getting rough wow Stufe 14, wa? Kumpel war du bist irgendwie nicht die hexte Kerze, ne? und er hat nichts getroffen okay um ey, müssten die nicht verbrennen den muss ich töten bei dir holst uns seine Kollegen das würde ich noch hier entscheiden ey du hältst jetzt mal deinen Mund das ist eh nichts mehr sagen du bist jetzt auch gleich hin yes wie viel kommen denn jetzt denn noch? aua yo come on energy drink so, was sollen wir jetzt machen? schieße das Tor bevor noch mehr kommen ach so, wir sollen das Tor schießen wie geht denn das? wie schließe ich denn das Tor? Stromversorgung ah, hier ist in dieser Hütte ah fuck ich habe literally blown it ich denke, der Breaker broke gut, wo? 16 Meter ist ne Sicherung wo ist denn ne Sicherung? klau irgendwo anders die Sicherung du brauchst sowieso niemanden mehr du sollst ne Sicherung klauen hier vielleicht hallo ich habe ihm doch eine gegeben hallo wow die Lady hat nen harten Schlag ja siehst doch ein bisschen aus wie so ein Mann die steht ja immer noch jo du hast doch gar kein Gesicht mehr Kumpel halbe Gesicht hängt ihr und sie steht weiter auf geil hier ist auch keine Sicherung warte mal hier war doch gerade neun Meter hier hier ist ne Sicherung oder nicht aber hier in dem Haus ja, ich komm wieder wow lass mich in Ruhe Lady hey 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 Da ist ja auch noch einer. Oh mein Gott. Ich mache jetzt hier so einen Krach gerade. Scheiße. Nein. Ich finde keine Sicherung. Was ist denn hiermit? Komme ich jetzt eigentlich wieder rüber? Nö. Ich schlitz mich hier auf. Hier ist auch keine Sicherung. Wo kriege ich denn jetzt eine Sicherung her? Ich glaube da schon bei dem Laden. Ich spielte. Das war's für heute. 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 Okay. Eine Nagelpistole. Das war's für heute. Das ist ja nice. Das war's für heute. Ich bin hier, glaube ich, auch falsch. Kann das sein? Was ist denn hier? Da komme ich nicht ran. Aber andere Seite. Was ist hier? Hä? Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie gefunden. So ist das schon mal gut. Das ist ja das A und O. So, jetzt der Knopf schnell. Nice. Dann haben wir's geschafft. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. behinder. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war's für heute. Nein, ich bin hier. Wir haben es heilen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es durch. Ja, jetzt schauen wir uns. Wir sind jetzt gut. Wir sind gut. Wir sind jetzt mit einem interessanten Internet. Lastenbewertung oder auch ein Abo da hat jetzt einen Tick länger gedauert aber irgendwie muss ich erstmal wieder in das Spiel reinkommen, die letzten Folgen waren allesamt vorproduziert deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein ciao